Moin Leute, willkommen zum 14. und damit letzten Kapitel unserer Schnittraumetage. Ja, wir gucken uns jetzt einmal den größten Part an und auch der, der mit Abstand am längsten dauert. Ihr seht auch hier bei mir wieder teilweise gestrichelte Pfade, was völliger Quatsch ist, weil ich habe alle gespielt, die waren teilweise durchgezogen und sind jetzt einfach wieder unbekannt. Keine Ahnung, warum das Spiel einen da so verarscht, sag ich mal. Wir hoffen, dass das alle, oder wir hoffen, dass das gepatcht wird und dann, ja, ich weiß nicht, ob man die einzelnen Pfade halt wirklich normal spielen muss, weil ihr seht ganz am Ende, man muss ja jedes Ende freispielen und bei mir ist nur das Ende, wo alle überleben, freigeschaltet, weil das der letzte war, den ich gemacht habe, obwohl ich immer das Ende durchlaufen lassen habe. Also, sehr, sehr schade. Naja, wollen wir uns nicht länger damit beschäftigen. Wir fangen hier an. 73% Augustin anklagen, 27% ist Stand konfrontieren und ihnen dabei eine reinhauen. Ich habe auch überwiegend versucht, Clips einfach rauszulassen. Ich hätte da jetzt auch einen Clip einfügen können, habe ich aber nicht gemacht, ist relativ selbsterklärend. Ich habe ein paar Clips zur Verdeutlichung eingefügt und genau. So, hier haben wir, Sam schoss auf die hypnotisierte Maddy und rettet sie vor Frank Stone. Wichtig ist, dass Maddy hypnotisiert wird. Das ist auch noch im späteren Verlauf wichtig. Hier brauchen wir im zweiten Kapitel den Drink. Dann haben wir hier, ganz wichtig, Sam muss die Waffe behalten. Bedeutet, entweder ihr nehmt halt gar nichts, also ihr macht gar keine Auswahl, oder ihr nehmt eben das Tagebuch mit. Sie darf auf keinen Fall die Waffe mitnehmen. Für eine andere Szene am Ende müsst ihr die Waffe mitnehmen, also ihr müsst so oder so öfter irgendwo reingehen und das Ende so gesehen durchspielen. Kommen wir aber später im Laufe des Videos noch zu sprechen. Genau, dann ganz wichtig, das Amulett muss auch Maddy haben in dem Fall. Wenn sie das beides hat, kann sie hypnotisiert werden und hier, um das zu erreichen, befreit Stan aus den Fängen und wenn wir ihm geholfen haben, versucht lieber sie zu hypnotisieren, was auch klappt. Und dann können wir hier auf ihren Arm schießen und schalten somit den Weg frei. Dann habe ich hier ganz normal, da habe ich jetzt nichts für eingefügt, Stan wurde verschlungen, Chris wurde verschlungen, Sam wurde verschlungen. Also das solltet ihr, wenn ihr das oft gespielt habt, auch relativ selbsterklärend hinbekommen, wie man die einzelnen Leute hier zum, ja, verschlingen kann, sage ich jetzt mal. Linda verschlungen, außer jetzt hier bei Maddy. Maddy muss auch wieder hypnotisiert verschlungen werden. Heißt genau das gleiche wie am Anfang, Stan befreien und wenn ihr das getan habt, hier nicht auf Maddy schießen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man auf Frank schießt, keine Ahnung, aber hier Maddy nicht erschießen und dann wird sie verschlungen. Genau, dann gehen wir weiter in Gejagt. Hier haben wir drei Auswahlmöglichkeiten. Maddy repariert den Generator, ist logisch, wenn Maddy halt überlebt und Linda schon verschlungen ist oder tot ist. In dem Fall, dann repariert Maddy den, andernfalls repariert Linda den und die Mitte ist, wenn gar keiner repariert. Ist im Endeffekt später auch wichtig. Ja, genau. Hier haben wir jetzt nochmal Maddy gefangen, also Maddy in Carmen, Maddy gefangen. Maddy gefangen kriegt ihr in dem Fall hin, genauso wie das auch mit Linda. Einfach den Fahrstuhl nicht betätigen, auslaufen lassen, dann kommt Frank Stone rein und genau, fängt euch und ihr werdet später an den Haken gehängt. Hier wird Maddy getötet, ganz, ja, so wie ich eben schon meinte, der mittlere Weg, egal wer das macht. Im Generatorenraum macht einfach den Generator nicht, also fällt das QTE und dann bekommt ihr hier die Tode im Generatorraum. Und ja, den muss ich sagen, finde ich ziemlich brutal. Also wird eigentlich so der brutalste Tode. Erstmal das Bein weg und dann hat er hier auch nochmal den Kopf reingehauen. Also, der ist schon ziemlich doll, muss man sagen. Also, ja, das war es mit Maddy. Und das gleiche passiert eben auch mit Linda hier. Genau, logisch, sie entkam, gefangen, auch wieder den Aufzug nicht betätigen, nichts machen. Linda getötet, das gleiche wie eben mit Maddy. Beide entkamen. Hier ist natürlich wichtig, dass wenn ihr beide am Leben habt, müsst ihr hier beschützen drücken. Dadurch werden beide entkommen. Genau, genau das gleiche haben wir nochmal in grün, so gesehen. Also, Linda getötet und Maddy entkam. Das ist noch was anderes, das ist hier, wenn Linda den Generator repariert oder nicht repariert, also wenn ihr hier das Quicktime failed, dann wird Linda hier getötet und Maddy entkommt. Genau. Das ist hier auch noch ganz wichtig, dass wenn beide leben, wird immer Linda den Generator reparieren. Und wenn ihr das halt eben failt, dann wird sie hier von Frank Stone, ja, erstmal schön hingerichtet. Und Maddy nutzt dann die Gunst der Stunde und entkommt. Genau. Das ist der Weg. Als nächstes kommen wir dann gleich nochmal dazu, dass Linda getötet wird und Maddy gefangen genommen wird. Der ganz untere Weg. Das ist der Weg, wenn ihr hier wieder am Fahrstuhl seid mit beiden, ich habe den Generator geschafft, dann müsst ihr hier auf zurücklassen. Wenn ihr sie zurücklasst, dann wird Linda gleich geköpft als Bestrafung. Also in dem Spiel ist es oftmals so, manchmal ist Helfen auch der Tod, wie wir ja damals bei Reime gelernt haben, aber manchmal ist auch, ja, Helfen gar nicht mal so verkehrt. Dadurch war es das hier an der Stelle mit Linda. Genau. Und wenn wir sofort weitermachen im Video, haben wir als nächstes den Strang, bin ich der Meinung, mit dem Hypnotisieren. Genau. Hier, Maddy vs. Augustin ab, ist natürlich einfach das Angebot ablehnen. Da dürft ihr nicht hypnotisiert sein, also ihr dürft nicht das Getränk haben und auch nicht das Amulett. Oder eins von beiden kann wahrscheinlich, doch, den gibt das Getränk, dürft ihr haben, ihr dürft nicht beides haben. Genau. Wenn ihr beides habt und trotzdem hier Fick dich doch sagt, dann werdet ihr hypnotisiert. Also davor auch Fick dich doch sagen, nur halt nicht beide Parteien haben oder beide Objekte haben oder das Getränk zu euch genommen und eben das Amulett haben. Und hier hypnotisiert, wenn ihr das beides habt. Und ganz wichtig, ihr dürft noch nicht angeschossen worden sein im Raum. Heißt, ihr müsst Stan von Frank Stone, ja, verschlungen oder er muss verschlungen worden sein, sodass nicht Maddy angeschossen wird und da schon hypnotisiert wird. Dann bekommt ihr das an der Stelle nicht. Genau, Maddy nahm das Angebot an. Das ist auf der rechten Seite, also nicht Fick dich doch sagen, sondern die andere Seite. So, Linda schoss auf Augustin. Ist hier, da seht ihr auch den Part, habe ich komplett durchgespielt, ist gestrichelt, keine Ahnung warum. Fängt auch wieder relativ früh an. Hier müsst ihr die Waffe von Sam mitnehmen. Heißt, dort müsst ihr auch noch mal ein bisschen früher in die Kapitel rein und ab da einmal durchspielen, sodass sie die Waffe hat. Dann behaltet ihr die natürlich und könnt dann gleich auf Augustin schießen. Hier wichtig, wenn ihr in der Auswahl im Fahrstuhl seid, müsst ihr runter. Und wenn ihr runterfahrt, dann trefft ihr hier auf sie und dann könnt ihr einen schönen Schuss absetzen. Ja, das ist das, um auch die Trophäe freizuschalten und eben den Weg. Genau, machen wir weiter. Ja, Maddie entkam im Innenhof, im Innenhof. So, relativ logisch. Maddie wurde im Innenhof getötet, ist auch einfach Quicktime nicht machen. Linda entkam, Frank Stone im Innenhof ist auch relativ selbsterklärend und Linda getötet. Hier habe ich euch auch noch mal als Beispiel gezeigt, was der Innenhof ist. Wenn ihr hier hochlauft, dann müsst ihr hier sowohl entweder mit Maddie oder auch Linda einmal entkommen und einmal sterben. Genau. Dann wird hier Frank Stone auch wieder eingreifen. Genau das gleiche haben wir dann gleich noch mal in der nächsten Szene. Dort dürfen auch oder müssen auch Maddie und Linda im Grand Manoir getötet werden. Das ist nämlich das nächste Quicktime oder das nächste Fierigdrücken. Wenn ihr das an der Stelle mit beiden nicht macht, dann erhaltet ihr hier auch den nächsten Tod und auch die nächsten Wege. Hier würde auch noch mal Maddie schön hinrichten. Da könnt ihr auch nichts mehr machen. Der ist auch ziemlich brutal. Also, ja, da hat sie auch keine Chance. Na gut, was hat sie jetzt nicht so gut gemacht, das muss ich sagen, aber ist schon brutal. Genau, dann im nächsten, hier genau, Linda nochmal. Und im nächsten haben wir Sam Enkarm. Das ist, ja, wenn Sam bis dahin am Leben bleibt, habt ihr die Möglichkeit, dort hochzulaufen, diesen Gang. Und da müsst ihr halt einmal die Quicktime schaffen und einmal eben nicht. Chris blieb in der Gegenwart. Chris muss natürlich in 2024 bleiben und dann könnt ihr sagen, ihr wollt nicht durch die Leinwand gehen. Oder ihr sagt, ihr geht durch die Leinwand. Die Mitte ist natürlich, wenn ihr weder Spiegel noch Amulett dabei habt. Wenn ihr das Amulett dabei habt, beziehungsweise wenn ihr den Spiegel dabei habt, ich glaube, das ist der Spiegel oben, nee, das ist das Amulett, oben ist das Amulett, dann, ja, verbrennt sie. Genau, hier hat man den verfluchten Anhänger dabei, dann verbrennt sie. Genau das gleiche ist, wenn sie den Spiegel ganz am Anfang von der Verkäuferin mitnimmt, den Taschenspiegel, auch hier verbrennt sie. Wenn ihr eben nichts von beiden dabei habt, schaltet ihr die Mitte frei und schaltet auch noch ein kleines, cooles Ende frei, wie ich finde. Genau, hier Sam verwendet ihr die Maschine. Bedeutet, wenn Linda oder ähnliches oder auch Maddie vorher schon tot sind, dann verschwindet Frank über die Maschine. Hier war Chris zurückgekehrt, habe ich euch eben gesagt, Secret, Ende. Der Altar, hier haben wir Maddie verraten, das schalten wir frei, indem sie hypnotisiert wird von Augustin im Horologion. Genau, wenn wir den Weg freigeschaltet haben, dann ist sie eben hypnotisiert und wird man rausgenommen und wird halt hier von ihr so gesehen geopfert und damit natürlich auch getötet. Ja, wir nähern uns auch schon dem Ende des Videos. Wir haben jetzt hier gar keine Clips mehr großartig drin, wir schnacken nur noch kurz über die einzelnen Sachen. Maddie geopfert ist logisch. Das sind alles Sachen, wenn sie gefangen genommen werden. Also Maddie muss gefangen genommen werden, Linda muss gefangen genommen werden und Sam muss gefangen genommen werden. Sam wird gefangen genommen, indem er eben die Quicktimes auf dem Aufgang nicht schafft und die anderen beiden sind ja selbsterklärend mit dem Fahrstuhl beispielsweise. Genau, dann haben wir natürlich niemanden entkam, alle sind tot. Hier haben wir die einzelnen nochmal aufgelistet, dass alle entkamen. Ja, an der Stelle sage ich schon mal, wenn euch das Video geholfen hat und auch gefallen hat und ihr bis hier dran geblieben seid, lasst gerne eine Bewertung da, das hat uns extrem viel Zeit gekostet, insbesondere das Level. Und genau, wir gehen hier nochmal die einzelnen Reiter durch, Maddie, Sam und Chris überlebten. Hier seht ihr auch am Ende alles unbekannter Fahrt, obwohl ich alles zum Ende durchlaufen lassen habe. Also sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass ich das nicht nochmal machen muss für die Platin. Genau, hier ist eigentlich nur nochmal wirklich jedes einzelne Ende aufgelistet oder jede Konstellation, die passieren kann. Und ja, die lasse ich jetzt hier einfach nochmal durchlaufen und bedanke mich für das Zuhören und Zuschauen unserer Reihe zu den einzelnen Schnittraumetagen-Videos. und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht noch in einem einzelnen Video zu dem Game, in einem anderen Video zu dem Game oder eben in unserem nächsten Projekt. Bis dahin, haut rein und ciao! Bis dahin, haut rein und ciao!